Oh, jetzt fängt's einfach an. Oh ja, ich seh's. Okay, gut. Na gut, vielleicht... Dann... Dann... Ansonsten... Vielleicht kann man ja... Zwischendrin nochmal umschalten. Warte mal, kann ich auf... Warte mal, kann man auf Escape klicken? Hey. Hey. Wie war dein Tag? Great. Der Toaster ist gebrochen, und Rose hat ihre Vegetablen nicht verletzt. Wie ging es auf den Däntisten? Den Däntisten? Schau mir nicht, dass du über die Däntisten verletzt hast. Nein. Vergiss. Ich dachte, du hattest sie morgen. Nein, es war heute. Ich arbeite morgen. Aber... Aber es ist Saturday. Ich weiß. Ich muss die Zeit arbeiten. Du musst das jeder Woche machen? Oh, Cody. Ich bin nicht in der Lage für diese Diskussion wieder. Hey, hey. Rose braucht uns beide, okay? Das ist nicht fair. Ich benutze sie. Ich bin nicht benutze sie. Ich stelle sie zurück. Warum nicht einfach gehen und sagen, dass wir divorzieren? Just so? Ja. Oh je. Oh. Oh je. Oh. Wir brauchen eine Therapie. Das ist doch für uns sensible Eltern, die so... Ah, jetzt können wir auswählen. Schau. Ja. Ich habe Controller gewählt. Warte mal. Wie geht denn das? Wie hast du das jetzt? Ich habe... Nach rechts. Also bei mir steht... Ich glaube, ich angesteckt habe. Oder... Weiß nicht. Ah. Nein. Da geht es jetzt nur darum, wer wir sein wollen. Also ich bin der... Aha. Rechte. Bitte. Also bei mir ist jetzt aber ein Controller-Zeichen. Ist das bei dir auch? Kann er doch mal rein- und rausstecken. Hm? Ah, ich kann Bina leider nicht mehr lauter machen. Bina ist bei mir schon auf der lautesten Lautstärke. Hm. Warte mal, habe ich noch einen anderen? Habe ich noch einen anderen? Ja, ja, das ist eh öfters so. Du steckst den Viererkontroller an, gell? Ja. Da habe ich auch manchmal... Okay, warte mal. Ich gucke mal ganz schnell. Mhm. Schnell noch nach einem anderen. Bitte stress dich nicht, meine Liebe. Alles gut. Jetzt habe ich schon so lange darauf gewartet, dieses Spiel zu spielen. Dann machen die fünf Minuten auch nichts mehr. Ah. Aber Bina gleich mal. Dieses Kind braucht eine Therapie. Ich habe auch so 3000... So eine Kiste. Ich habe eine ganze Schublade voller einer Million Kabel. Das ist die Kabelbox. Glaub mir. Das ist... Ein Blick da hinein ist, dass wir so die Pyxe der Bandora öffnen. Das ist die Kabelbox. Ich habe auch so einen Kabelbox zu spielen. Bei Discord erkennt er es, aber hier nicht. That's weird. Bei mir bist du überhaupt... Ich verstehe auch nicht, was diese... Ah. Keine Ahnung. Ah, du einfach... Also hast du am Controller selber... Also wenn ich die Maus verwende, dann tut er zurückschalten auf Maus und Tastatur. Also wenn ich mit der Maus was mache. Und wenn ich am Controller einfach den Button, also den Stick drücke, also... Aha! Dann erkennt er den Stick. Danke, Becky. Danke. Ah, klug. Hey, Luca. Ja, geil. Dann lass uns rein starten in It Takes Two. Mit der lieben Biene Bianca. Und nebenbei machen wir ein bisschen Beziehungstalk. Ja, voll. Die Eltern lassen sich scheiden. Awkward Situation. Hey, honey. Can I just take Ella for a second? All right. Uh, Rose. Honey, you know we love you, right? Yeah. And sometimes that means that, uh, we have to do stuff that isn't always very fun. What we're trying to say, darling, is that, well, Mom and Dad, we've decided to go our separate ways. Ich weiß nicht, ist das die richtige Entscheidung, das Kind dann einfach gehen zu lassen? Nach so einem Drop? Ich würd's auch so machen. Ich weiß nicht, das fängt das Spiel ja nicht an. Hahaha. Hahaha. Ich weiß nicht, das ist das Spiel ja nicht an. Das ist ein Kamasutra-Buch, oder was? Nein. Oh Gott, sehr Dank. Ja. Nein. Nein. Mom, Dad. I wish you could be friends again. Oh. Das ist schön. Das ist schön. Oha. Haben wir jetzt in diese Gnom-Dinger da verwandelt? Ja. Zumindest in die Eltern. Ich habe ein hübsches Blatt auf dem Kopf. Ich bin Handsome. Oh! 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 Hold it! Cody. I'm kind of sleep. May? May, is that you? Oh! Cody. Why do you look like a blob of clay? Why did you look like a wooden doll? Ja, aber es gibst du gleich mir die Schuld. Oh mein Gott. Das Buch, Mann. Ich bin Dr. Haki. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du kannst hier nicht wachsen. Genau. Okay, Herr... ...Book? So, wie wachsen Sie? Cody, May. Du bist hier für deine Beziehung. Du hast es gerade gewonnen. Ja, ja. Wir sind... ...divorzieren. Ja, gut gefix. Ich werde dir helfen, deine Beziehung. Ich bin ein. Ich bin mit deinem Beziehung. Ich bin mit deinem Beziehung. Und ich versuchte dir deine Beziehung. Ich versuchte dir deine Beziehung. Du hast es auch eine Beziehung. Ja, Liebe ist wie eine Mountain. Oh, oh. Mei, Mei, es ist Rose! Oh, okay, also ich bin rechts. Ich muss nur ganz kurz, Entschuldigung, die, wieso geht denn das nicht? Ich muss nur ganz kurz die Stimmen ein bisschen lauter machen, weil bei mir sind die echt leise. Ich hoffe, dass sie dann nicht bei dir auch laut sind, sondern, okay, nur ein bisschen, ich mach die einfach auf 10. Okay, passt. Oh, ich bin schon tot. Uff. Oh, was ist denn hier? Hallo? Passt das? Okay. Ich muss mal schauen, was wir alles tun können. Springen. Vier Geshechten. Kreises Duppen. Sicher R1 ist sicher Sachen nehmen oder so. Oder auch nicht. Well, okay. Oh, schau mal, ich glaube, da kann man springen. Wow, oh mein Gott, ja. Woo. Pew. Ah, ich mache wohl die coolen Moves, wenn ich springe. Machst du das auch? Yeah, man. Aha. Uh. So, als hätten wir unseren Lebtag nichts anderes gemacht, hä? Okay, wollen wir da mal dran ziehen? Hey, Mei. Help me out here. Oh. Oh. Whoa, Mei. Mei, Mei, uh, they're alive. What is going on here? I have no clue. But whatever's going on, we can't lower that staircase without those fuses. But, those fuses? They just, they just ran away. I mean, did you see them on their little fused legs? Wie kannst du jemanden so lustigen wie mich nur verlassen wollen, Bina? Also, ich meine, dieser Cody, der ist doch urwitzig. Wie, wie? Der ist lustig. Das ist dann einfach nur genervt. Aber das ist eigentlich voll unfair. Oh. Ah, ich kann klettern. Okay. Was machst du da drin? Also, ich kann klettern. Okay, okay. Let's get those fuses. Mehr, du kleine Sicherung. Ja. Oh, schau sie dir an. Oh, it's trapped. Let's get it out of there. Oh, okay. Was bist du für ein Superheld? Super Helden-Move. Oh, Bina ist so schnell. Ich. Ich bin zu langsam dicker, fetter Klee-Mops. Ah, Bob-Shi-Bombe ist das. Okay. Oh. Ripp, siehst du? Du bist so nicht zu gebrauchen. Okay. Nutzloser Ehemann. Ja. Vielleicht bist du einfach zu herrisch. Und vielleicht habe ich da keine Lust drauf. Okay. Oh, wo will denn das Ding hin? Was ist das denn für eine kleine... Vorsicht, Danger! Ich gehe rein. Du kannst raus. Ich werde dich beschützen hier. Vielleicht so ein bisschen. Ich bin anscheinend nicht so sportlich drauf gerade. Bina sagt schon dort hoch. L3. Sprinten. Einschalten. Ausschalten. Oh mein Gott. Wenn ich sprinte, schaut das so teppert aus. Wuuuuh. Ha ha. Soll ich mal in die Steckdose greifen? Hey, schau mal. Ha ha ha. Ups. Ha ha ha. Hoppla. Ha ha ha. Ha ha. So, liebe Kinder, was lernen wir daraus? Bitte steckt nicht. Irgendwelche Metallgegenstände in eine Steckdose. Okay. Äh. Reichzeitig. Boom. Mhm. Äh. Was haben wir jetzt aktiviert? Bringen und auf Oberfläche rutschen. Ja, das steht für mich auch. Ah, festhalten. Wuuuuh. Interessant. Oh mein Gott. Weißt du, das sind alles Mechaniken, die wir uns jetzt merken müssen, weil die später... Oh. Weil die später dann im Spiel sicher noch wichtig werden. Ich glaube, du musst dich einfach anhalten. Genau. Du musst einfach nur ihm drauf springen. Ich weiß, wie das geht. Okay, Entschuldigung, ich wollte dich menschlehnen. Ha ha ha. Wir sind ja noch in der... Da sind wir noch, oder? Wir sind ja noch... Wir mögen uns ja noch nicht. Ja, genau. Genau, noch sind wir so... Ups. Ja, kannst du einmal was richtig machen, Frau? Ein bisschen weniger Überstunden, ha? So, passt. Springen, Doppelsprung, Flitzen. Puh. Okay. Kannst du es auch? Ja, Mann. Flitzen! Flitzen! Okay. Ich würde sagen, ich laufe drinnen und du oben. Okay. Okay, los geht's. Ups. Oh, okay. Ich habe mich erst mal selbst gekillt. Gut, ich bin eh unnötig, anscheinend. Aber wie kriege ich das? Warte mal, vielleicht kriege ich dich jetzt hier drüber. Ah, passt schon, ich bin schon da. Mhm. Alter, wo ist denn das hin? Aber können wir mal bitte mal ganz kurz appreciaten, wie geil diese Welt aussieht? Oh, mega. Das ist ja richtig cool. Oh. Oh, ich glaube, wir müssen uns festhalten. Wow! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, wie sick. Yes. Yeah. Hey, May. Did you see my flip? Let's do it again. We're not here to do flips. Oh, no. You're right. Das ist ernst. Hast du gehört? Jetzt können wir runterziehen. Oh. Ouch. Oh. What just... What just happened? Oh. Those damn fuses. May. There she is. Rose. Rose, darling. Oh. Ich mag dieses Buch. Gute Frage. Gute Frage. Witzigerweise, René, und ich haben heute auch unseren neuen Staubsauger bekommen. Er weiß, wie es ihm geht, ne? Ja. Was lernen wir daraus? Seid nett zu euren Staubsaugern. Macht sie regelmäßig sauber. Mhm. Oh mein Gott, das ist ja unhohoho. Oh mein Gott, das ist ja unhohoho. Oh mein Gott, schau mal, da sind so Knochen und sowas liegen da rum. Irgendwas ist hier gestorben. Und Käfer. Oh, okay, okay. Yes, man, ich komme. Ich folge dir, Frau. Was ist das? Dürfen wir in diese Grütze steigen? Nein, steig nicht in die Grütze. Grütze heißt dead. Gut. Dead. Dead. Oder hat er das beobachtet? Hast du das auch gesehen? So hier, diese roten Dinger. Mhm. Ich will nicht eingesaugt werden. Oh Gott, ich wurde eingesaugt. Ich fliege. Aber du f***st, ne? Ja, es geht mir gut. Man kann das mal machen. Macht Spaß. Man muss das, glaube ich, sogar machen. Ich glaube, du musst das machen, ja? Jetzt schaue ich zu, wie das bei dir aussieht. Uh, da fliegt Bina. Ah, okay, gleich ins nächste und tot. Okay, okay, den müssen wir umpositionieren. Ja, ich glaube auch. Ups, hoppalei, ich bin noch mein Tatsche gefallen. Okay, ich gehe inside. Oh, so, okay. Ich gebe dir Strom. Ich glaube, ich kann es dir hier hoch. Yeah. Sehr gut gemacht. Okay, da wieder rein? Okay, ich gehe mal vor. Oh, yeah. Ja, ist safe. Das schaut so lustig aus. Ich glaube, jetzt müssen wir warten. Dieses Flitzen finde ich immer witzig. Oh, du musst ja ganz hinten jetzt wieder starten. Sehr schön. Okay. Diesmal kann es auch ich nehmen. Aber da geht es rein? Äh, hinten geht es rein. Also. Nee. Na da. Oder? Nee, hier geht es raus. Was heißt? Ah. Lass dich einsaugen, Pübi. Aber das, ah. Aber das sockt, ah, das sockt ein. Okay. Uh, gut. Ciao. Hui. Dann gebe ich nochmal Strom. Ich habe einen fetten Hintern. Jetzt ist es nämlich andersrum. Ah, ja. Sehr cool. Mein fetter Hintern hat das geregelt. So, warte. Jetzt kann ich hochziehen. Und dann kannst du... ...dich einsaugen lassen. Oh, wie cool ist das eigentlich? Ich weiß nicht. Springen wir mal rein. Oh, yeah, man. Das ist gut. Das macht Spaß. Ich bin süßig, dass die beiden auch irgendwie Spaß dran haben. Ich glaube, du musst mir das irgendwie wegmachen, damit ich dann da durch kann. Achso. Oh Gott, was? Ich stelle hier die Leitung her? Nein, ich glaube, zuerst musst du genau das weg, damit es nicht bläst, damit ich durchlaufen kann. Also so hochziehen. Ja, das schaut gut aus. Ja. Jetzt ja nicht drunter. Okay. Und ich glaube, jetzt müssen wir Leitungen. Ja. Ah, da fehlt aber noch eine. Ah, eine fehlt noch. Ja, ich sehe es in drei. Ich mache erst mal vier. Ah, wir müssen das schnell hintereinander machen. Okay. Ah, gut, passt. Also, ich halte mal. Du drückst. Läufst du zum nächsten. Oh, ich kann auch nicht weg, leider. Jetzt kann ich. Ja, Mann. Ah, ich war zu langsam. Okay. Ich kann flitzen so. Gut. Okay, jetzt. We got it. Gut. Ich kann nämlich erst weg, wenn es bei dir ist. Das ist witzig. Yeah. Yeah. Das ist aber echt eine Spaßbremse. Ja, ich denke, wir sind wie auch. Er ist irgendwie lustig. Wie auch schreit und wie er fällt, ey. Ich finde es halt cool, dass ich auch sehen kann, dass wir beide Ansichten haben. Das ist schon ziemlich cool. So, hallo. Und vor allem, wie agil sie sind. Weißt du, so. Das können sie in ihren menschlichen Körpern bestimmt nicht. Und jetzt so die ersten Wall-Jumps und Flickflacks. Und so mal Strom durchein laufen lassen. Wie süß, dass jetzt einfach auch 2D ist. Ja. Ah, hier ran. Okay, nach dir. Du hast einen... Wir haben das gerade angefangen, das Spiel, ja. Ganz am Anfang noch. Ganz am Anfang. Und haben es beide noch nicht gespielt. Ups. Wollte, dass der... Nein, das war daneben. Aber jetzt. Puh. Aber gleich. Eins, zwei, drei. Zack. Müssen wir gemeinsam drin? Ah, warte. Warte, warte. Einer muss sich, glaube ich, anhalten. Ja, ja. Okay, I got it. Gut. Okay. Geht. Dreh. Ich spring. Oder ich bin dumm. Bist du da am besten dran, nicht drauf? Nein, ich glaube, wir müssen uns so... Weißt du... Einfach nur... Ich muss einfach nur ran. Genau, einfach nur dieses Kleben, genau. Ja. Ja. Drehs, drehs, drehs. Weil sonst rutsche ich. Sehr gut. Okay, da habe ich ein Kabel. Ah, da drüben habe ich was. Ich schaue mal, was ich hier für dich machen kann. Okay. Ich klicke. Ah, jetzt geht es wahrscheinlich automatisch. Kann das sein? Ja. Genau, man muss dann einfach Vertrauen haben. Man rutscht ganz langsam runter, aber ich finde, das ist... Man muss so wirklich so... Oh nein! Weil du draufgesprungen bist, ist es nach unten gegangen und ich bin nach unten geflogen. Oh mein Gott. Okay, sei jetzt aber. Okay. Magst du es oder ich? Ja, ich. Okay. Was ist jetzt passiert? Wo müssen wir jetzt hin? Na, die ändern sich die Ströme. Ah ja, okay. Das sorgt jetzt an. Das ist nicht gut. Okay. Jetzt bläst es. Ja. Oh, okay. Ich muss flitzen, ne? Schauen wir mal. Ich schalte jetzt um. Uff. Wie schnell... Halt es um noch, dann probierst du es. Ja, okay. Wie schnell soll denn das gehen? Okay. Ah, ja, ja, super. Ah, ja, sehr gut. Easy. Easy, man. Das ist ja... Ja. First try, man. Ah ja, okay. Jetzt nochmal... Okay. Bringt es um noch, okay. Ja. Ah, sehr gut. Ah, ja. Sehr gut. Bord. Mhm. Sind... Oh, das sind so... Staubsauger... Automatische Staubsauger. Mit Wischfunktion anscheinend. Ist das in der Wohnung, ha? Mhm. Ist das ein Feuerhazard? Mhm. Du schaust so grazil aus beim Springen. Weißt du, du wirkst wie so eine Elfe, wenn du springst. Sie schauen ein bisschen so klobig aus. So bumm. Bum. Ah, okay, warte mal. Äh... Ah, okay. Ah, witzig. Nein. Baum. Gar nicht, was das für ein... Effekt hat. Leuchtet das Licht? Aber da ist auf jeden Fall so ein Schlag, der nach unten schaut. Vielleicht hat das dann nachher... Noch eine Auswirkung. Oh! Hat sich das jetzt geplättet? Wie? Hat mich kaputt gemacht. Ah. Ah ja, okay. Es möchte nicht. Es will nicht mit uns spielen. Ah, ich glaube, müssen wir den Knopf treffen? Oder ist das egal? Ich glaube, ist das egal. Ah, hoppola. Jetzt habe ich nicht geschaut. Okay, aber es ist wieder... Okay, wachst du zuerst wieder, oder soll ich? Okay. Warte, in welche Richtung muss ich jetzt? Äh, nach rechts. Aha, okay. Ja? Ready? Spring! Flitzen! Spring! Flitzen! Bam! Finde May. R3. Ah ja, ich sehe dich da hinten. Ja? Ach, klar. Ah ja, okay. So. Wie kann ich dir da jetzt helfen? Ähm, du kannst mir das, glaube ich, wenn du diese Dinger bewegst, wenn du das nach links schiebst, glaube ich, dann wird es jetzt anfangen zu drehen, genau. Und dann kommt diese Plattform zu mir. Ja, passt. Ja. Ah. Ah, warte. Ups, ich habe mich nicht geduckt. Ah, shit. Kreis ist ducken. Ich muss mir das merken. Nee. So. Ah! 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 Ja, passt. Bin drauf. Bin durch. Sehr gut. Das ist das dicke Streamteam. Bina, die Bezwingerin der Staubsauger-Schläuche. Der Staubsauger. Nie im echten Leben. Hahaha. Das ist meine Bestimmung. Staubsaugen. Was? Das ist so... Das ist so echt gerade. Ach, nee. Veggie, meine Wohnung ist viel zu sauber. Viel zu sauber? Ja, gut. Ja, weil ich ja sonst immer einmal die Woche Staubsaugen muss, wegen den ganzen Wunderhagen. Ja, ja. Ja, ich spiel noch ein bisschen mit Bina, ja? Was ist das? Wir sehen uns nicht. 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 Oh! Ist auch heute? Oh! Nein. Ja, komm ein bisschen später. Das passt schon. Die habe ich erst gesagt, das passt schon. Ja. Ja, passt schon. Machen wir alle stehen immer? Nein, das passt schon. Das geht schon. Nein, nein, nein. Ich schau dir vor, wenn mein Vater telefoniert. Das geht nicht. Wieso nicht? Weil es nicht geht, weil sie schon da ist. Ich gehe alleine. Du! Mach, 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 mach. Ich... Okay. Ich hab voll drauf vergessen. Musst du halt den Ständer... Musst du eine Staubsauger dann... Ja, ja, passt okay. Guti. Ciao. Ja, ja, war alles gut. Alles gut, Binder. Alles gut. Ähm... So. Wo sind wir schon? Hast du... Sind wir gesprungen schon auf das Ding? Nee. Okay, dann spring ich mal. Da dreht es dann... Ah! Dann kann man da... Ah, ja. Okay. Dann kann man... Okay, ich verstehe es. Also du gehst... Schau her. Ich glaube, du musst dich draufstellen. Dann geh ich... Dann gehst du in die Höhe. Und dann springst du in das Sorg-Ding rein. Okay? Mhm. Und dann halt dich das andere und schieß dich rüber. Pass auf. Jetzt springst du drüben rein, ja? Wieso kann ich nicht hoch machen? Okay, Entschuldigung. Ich hab das verkackt. Ich hab's verkackt. Ja, ja, ja. Entschuldigung. Jetzt mach du. Warte mal. Wieso ging das gerade? Ah, ich hab in die falsche Richtung gezogen deswegen. Ich... Okay. Okay. Ich hab's nur verkackert. Sehr gut. Ich muss mir endlich mal die ganzen Dinger merken. So. Jetzt sorgt das an. Genau, jetzt kannst du vorne reinlaufen, weil ich sehe von hier, dass der Schlauch dich jetzt in diesen Trichter dort werfen wird. Genau, du fällst jetzt in den Trichter. Und wo kommst du jetzt raus? Wo bist du jetzt? Aha. Hier. Oh! Nein, nein! Ich wollte nicht eingesaugt werden! Ich wollte nicht eingesaugt werden! Ah, okay. Ich muss eingesaugt werden. Anscheinend. Ah. Du musst da rauf? Okay. Kann ich das jetzt da rein? Aber das... Kommt das schon bei mir raus? Ah, ja. Sehr gut. Ah. Wunderbar. Ich glaube, jetzt kann ich. Ja? Okay. Sehr gut. Ich bedanke mich übrigens für alle Subs und alle Sachen, die reinkommen am Ende des Streams. Okay. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja. Ah, wir müssen gemeinsam schieben. Oh mein Gott. Das ist jetzt unser erster Endbosch? Oh mein Gott. Das ist jetzt unser erster Endbosch? Ich kann dich wieder arbeiten. Nein. 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 Sie ist richtig. Sie ist ein Enginier. Ein wirklich guter. Du bist sehr gut. Hey, Vatio. Are you wirklich wirklich glauben? Weil ich nicht. Ich würde ihn nicht. Wenn ich ihn nicht hörte. Once ich meine realen Körper zurückkomme, kann ich dich verraten. Oh. Ist das so? Oh. Then why did you buy the expensive Turbo X 2000? Huh? Hey. What? You replaced me with the Turbo X 2. I'm done. I'm just strange, Matthew. You can't even suck properly. I'll show you who's the best sucker. I'll show you who's the best sucker. Oh gut. Diese französischen. Okay. Okay. Alright. Ist das irgendwie so? Wir haben jetzt auch einen Dyson geholt. Aha. Oh. Ah. Nice. Ich kann es einsaugen. Und dann kannst du oben... Ah ja. Geil. Okay. Huh. Nice. Ah. Jetzt haben wir auch Lebensanzeigen. Seh ich, Leute. Unten links, beziehungsweise unten rechts. Ah. Achtung mal. Sehr gut. Ich versuch wieder... Hast du... Wir machen dem ja nur urwenig Schaden. Was? Alter. Okay. Übertreib halt, Junge. Ups. Schaltestaste. Huh. Böser Staubsauger. Total. Los geht's. Ja. Okay. Once again. Gib ihm alles in sein Gesicht, Bina. Yeah. In your fucking face. Puh. Was ist denn das? Habt ihr den Boden vergessen? Nein. Ja, ja. Muss ich gar nicht glauben. Jetzt saug ich alles wieder ein. Ah. Ich konnte jetzt leider gar nicht alle einsaugen. Shit. Oh. Warte. Wie kann ich dich heilen? Ah. Okay. Ich kann gar nichts machen. Ah. Oh. Ja, same. Passiert mir auch immer. Wie bei Dark Souls. Wie bei Dark Souls. Entschuldigung. Aber jetzt haben wir's gleich. Nein, schon wieder. Ah. Ich hab grad... Oh. Ja. Ja, same. Ich bin auch grade voll... Voll abgenudelt. Okay. Okay, aber jetzt bocken wir's. Jetzt machen wir's. Auf geht's. Viereckes. Ja, same. Viereckes. Viereckes quasi, äh, wie die Rolle in Dark Souls. Haha. Hoppala, jetzt bin ich eing... Oh shit, it's me. Oh. Ah. Ich will nur hingehen, Mann. So, jetzt. Jetzt aber. Sucke Becky ein. Ja, wirklich. So, jetzt nicht die Falschklasse. Okay. Aber ausweichen müsste man natürlich auch. Was geht? Ja. Ich sorge wieder alles an. Ja, Mann. Ja, Mann. Und da. Wichtig. Aber ich habe immer noch mal einen Träten. Ja, Mann. Ja, Mann, Mann. Ja, Mann. Ja. Und da? Es ist ja schlecht, wenn er die Dinger nach oben schießt, dann kann ich die nicht einsagen. Du musst in der Zeit, wenn er die wirft, auch zu dir. sehr gut ich fühle sich einsaugen kann ja man ja jetzt geht es mal anfassen seine augen oh gott oh mein gott ganz schön brutal sie jetzt realisiert so ein bisschen dass sie wenig mitkriegt vom kind ich bin schon gespannt wo es als nächstes hier verschlägt dann ist der boss ja 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 also Okay, warte mal. Und dann kannst du da mitkommen. Uh, dann kann ich ihn einfach wieder zurückpfeifen. Aha, okay, nochmal. Oh, ich hab ein bisschen daneben. Oh. Warte mal, vielleicht kann ich das da rüberschießen. Warte. Schau mal, kannst du jetzt das schwingen? Oh mein Gott, wie geil ist das bitte? Oha. Und vor allem, ich bin unweit weg und irgendwie arbeiten wir dann trotzdem zusammen. Und das ist irgendwie... Portal 2. Ja, warte mal, warte. Yes, man. Ja, aber zuerst brauche ich, glaube ich, den Nagel. Ja. Oh, ich hab einen zweiten Nagel. Okay. Aha, das geht nicht. Ja, warte mal, ich muss mal schauen, wo ich das rein... ...nagel. Äh. Du haust da drauf und dann... Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich mach mal das da oben kaputt. Okay, das hat nichts zum Explodieren gebracht. Vielleicht kann ich auch noch was weitermachen. Ich komm ja hier noch dran. Mhm. Ah nein, das ist dann nachher, glaube ich. Da muss ich dann nachher. Aber ich muss zuerst zu dir rüber. Ah, kannst du vielleicht öfters draufhauen? So schneller irgendwie, oder... Ja, 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 ja. Yes. Nice. Sehr gut. Okay. Genau. Und da muss ich... Okay. Ich hoffe, das passt jetzt und das wieder hochkommt. Ja, aber ich denke schon. Ja, der hämmert. Ich habe... Sehr schön. Richtige Treppe gebaut hier. Aber ich habe... Ich habe doch nur das Glas. Ja, aber ich bin genau dazwischen gestanden. Ich bin nur begeistert von dem Spiel. Schön. Ja, ich bin nur da. Er ist richtig ambitioniert. Oh, was muss ich machen? Okay. Bleibe oben, um zu punkten. Lass dich nicht... Ah, Harding Cody. Also du musst mich treffen und ich muss schauen, dass ich nicht getroffen werde. Das ist gut. Okay. I got it. Oh, Mann. Wieso ist das so langsam? Das ist es. Oh. Ja. Das ist gemein gewesen, oder? Was? Ah, da können wir mehrere Runden spielen. Ja, witzig. Aber ich... Ich überlasse dir diesen Sieg. Es wird sicher noch ein Minispiel geben, in dem ich dich biete. Die ganze Säge spielen. Ah, the sweet sounds of machinery. There's nothing better. Ah, meint ihr, das geht? Ich probiere es mal. Oha, das geht echt... Oh mein Gott. Mein Chat hat gerade gesagt, ich muss mich mal wehren und Biene mit einem Nagel abschießen. Ich kann Biene echt fehlen. Ups. Sorry. Du kannst mich nageln. Ja. Oh, yeah, Mann. So. Jetzt. Bitteschön. Hold on tight. Was? Du haust da drauf? Ah, ja, okay. Mhm. Ah, und jetzt kann ich hier den Nagel rein. Boah, das ist... Hey, so coole Rätsel. Voll selbstständig. Ja. Brauchst mich gar nicht. War ich? Nein. Doch, ich wäre erstens nicht hier hochgekommen. Wenn du nicht auf den Hammer so draufgehauen hättest, dann wäre ich nicht auf dieses Ding, die Plattform gekommen. Okay. Ich glaube, da darfst du dann wieder was draufhauen. Wo geht's denn da lang? Mhm, ich folge dir. Oh. Das ist die Trommel. Oh, das siehst du doch, wir sollen da hingehen. What the heck is that thing? Looks like there's a switch for hammer in the middle. Kipp die Klappen. I'm waiting, Cody. Ja, ich bin eh da. Da, da, da drauf. Ah, okay, ich muss drauf. Okay, warte, dann gehe ich drauf. Und dann? Schieße auf die Ziele, um zu punkten. Okay. Meine Nails sind besser als deine Hand. Du wirst. Just you watch. Just you watch. Bulls up. Nothing to it. No cross. Nailed it. Yes. Come on. I think I'm gonna be sick. Ach, fuhr. Oh yeah. Aber das war jetzt, finde ich. Okay. Ist okay. Kann damit leben. Meine Nägel. Arm genagelt. Voll genagelt. It wasn't hammer time. It was nail time. Ah. Ich dachte, das sind Beziehungsherausforderungen, sodass wir das danach eher mögen und nicht so voll den Wettkampf haben. Vielleicht ist es auch, dass wir akzeptieren, dass sie eine einen Vorteil hat und deshalb höchstwahrscheinlich gewinnen wird. Ja, weil ich muss ganz sagen, ich fand das jetzt nämlich auch einfacher als das von vorhin. Oh mein Gott. Hätte ich was tun müssen? Okay, warte mal. Na, warte mal, warte mal, warte mal. Ich jump noch nicht. Du. Warte mal, was muss ich denn jetzt? Ja, warte mal, du springst. Was muss ich tun? Ah, warte mal. Nee, das ist erst dann für... Für unten, oder was? Ah. Ja, ja, okay, I got it, I got it. Entschuldigung, ich habe es zu spät gesehen. Ähm. Ja, warte, springt drauf. Okay, Moment. Ich jetzt, ich boxe, hoffe ich. So. Okay. Ah! Ah! Okay, es hat irgendwie funktioniert. Keine Ahnung wie, aber es hat funktioniert. Okay, Bina lebt. Was da unten passiert ist, ist halt noch zu hoch. Uh! Okay. Das muss... Ja? Ja. Okay, okay. Ähm, ich glaube, ich muss wieder hier. Genau. Dann mache ich den zweiten auch gleich. Sehr gut. Oh! Shit, ich dachte, ich kriege den ersten zurück. Sorry, 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 sorry. Was my fault? Warte, warte, ja, warte nochmal. Warte, sorry. Ich schieße ihn nochmal. Immer mit der Ruhe. Nee, ich glaube, die bisschen höher. Ja, höher, sorry. So, aber jetzt. Oh, fuck, jetzt bin ich dir die falsche Richtung. Okay, okay, okay. Scheiße. Aber ich glaube, jetzt passt so von der Aufstellung her. Ja, das ist perfekt, glaube ich. Ja, jetzt sollte es, glaube ich, passen. Ja, Mann. Okay. Okay. Ah, jetzt kann ich hier wieder drauf, wenn du drauf hast, komme ich hier hoch. Huh! Okay, danke für den dritten Nagel. Die Frage ist nur, was passiert, wenn du drauf hämmerst? Da glaube ich noch nicht. Warte mal, ich komme ja noch weiter. Ah, nee. Ah, ja, warte mal, warte mal, doch. Warte, warte, warte. I got it. Yeah, sehr gut. Okay. Ah, okay. Ah, okay, der letzte geht immer runter. Okay, das ist ja mal... Okay, passt. Ja. Ah, hoppala, Entschuldigung, Entschuldigung. Ah, lalalalalalalalalala, hoppala, 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 hoppala. Okay. Was muss ich da jetzt? Ich verstehe es. Okay, schau her. Du gehst genau. Und ich sehe jetzt, da oben ist dann wieder eine Plattform. Und ich muss jetzt den einen Nagel zurückholen. Und mache ihn oben hin. Und du kannst jetzt hoffentlich irgendwie da hoch und dann... Kannst du krabbeln? Kannst du irgendwie hoch oder... Nö, okay. Dann wait for it, warte. Warte mal, bleib mal kurz. Warte, mach mal nix. Ich schau mal, was dem passiert. Ah. Und in dem Moment, wie ich hier runterspringe, musst du den daneben machen. Dann mache ich links, rechts, links, rechts, links, rechts. Dann musst du den einmal wieder weg. Was? Nein. Okay, ja. Doch, das schaffen wir. Ja, doch, das schaffen wir. Ja, doch, spring. Okay, spring. Boah, oh mein Gott. Ja, okay. So, äh... Okay, warte mal, jetzt brauchst du wieder das. Und dann da oben. Passt, okay. Geil, yes. Ich kann das untere nehmen. Geh hier geben. Ich wusste zuerst nicht, dass immer der zurückkommt, wo ich hinziele. Bei den... Das weiß ich jetzt auch. Okay, jetzt kannst du, glaube ich... Rechts, rechts ist eine Plattform. Genau. Und dann mal rechts. Und dann... Wow. Ja. Sie ist aber auch... So eine richtige... Meine Güte. Ja, sie hat, glaube ich, echt so gar keinen Bock mehr. Auf diese Beziehung. Ist einfach genervt von Cody seiner... Kindlichen... Verspielte Art. Verspielte Art, ja. Ja. Hier ist eine Toolbox. Both of you, come on. Help me break it open. Okay. Ich glaube nicht, dass es so ist. Die grimy Toolbox. Die grimy Toolbox. Oha, kann ich dich retten? Nein. Okay. Boah, okay. Es ist einfach Speedrun. Vorsicht, da kommen wieder Dinger. Oh. Vorsicht, 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 kommen wieder Regeln. Jetzt drauf an. Oh. Sehr gut. Aber wie kommst du jetzt drüber? Okay. Vorsicht. Okay, jetzt ist mein Türen. Oh, das ist ganz schön. Oh. Oh, shit. Ups. Ah, ah, okay. Wenn du da... Also, wenn einer von uns gerade down geht und der zweite dann auch stirbt, dann sterben wir beide. Ah, wie gut. Das ist... Jetzt haben wir den Safe-Point. Ja. Scheiße. Oh. Ja. Voll rein. Voll rein. Geht's? Ich warte hier. Sehr gut. Aha. Muss man da etwas hämmern? Ah, okay. Ah, okay. Mhm, warte. Ja. Passt. Ja, ja, ja. Aber... Willst du weiter? Ja. Kannst du von dort, dort herauf springen? Ja, passt. Das funktioniert. Weil ich hab's festgenagelt. Sehr gut. Vorsicht, es kommen wieder Nägel. Ja. Und jetzt die Dinger wieder. Yeah. Oh, warte. Ja. Ja. Geil. Ich finde, das wird den Pfeifen so witzig. So Pfeifst und die Nägel kommen und gehen. Oh, shit. Oh, verdammt. Was müssen wir jetzt machen? Ah, wahrscheinlich festnageln. Oh. Autsch. Okay. Ja. Ich bin überhaupt nicht gesprungen. Sehe ich hier. Die Hand. Ah, ja. Ja, passt. Ich hab's getroffen. Und ich glaube, dann... Wenn er die Hand drüber macht. Ja. Ja. Also, ich konnte jetzt auf die gelben Dinger schießen. Ja, jetzt. Okay. Jetzt mach's halt deine Hand. Ja. Ja. Aber... Das... Nee, nee, hier. Am Brett. Ja, ja, ja. Wie? Ach so, am Brett. Ah. Am Brett. Ich hab das nicht gesehen. Ich schau die ganze Zeit auf seine Gelenke. Ah, ich bin ein Idiot. Okay, I got it. I got it. I got it now. Ja. Jetzt... Ja, jetzt... Ja, jetzt... Danke. So. 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 Und jetzt das. Und jetzt kannst du ihn hammern, oder? Ah, okay. So. Ah. Okay. Nice. Oh Gott, jetzt haut er dich mit der... Ey, das machen wir gleich nochmal. Ja. Aber ich glaube, jetzt holt er so seine... Ja. Übertreib halt Werkzeugkiste. Werkzeugkiste. Wollen wir jetzt den Löchern ausweichen? Und... Den... Oh. Ah, was war denn da? Okay, okay, warte. Okay. So. Ja, okay. Jetzt macht er nochmal den Arm. Ja. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Oha. Oha. Der Matrix-Move. Oh. Oh, ich glaube, ich muss sie jetzt zum Explodieren bringen. Der hat jetzt so ein Ding auf dem Kopf und die kann ich ja explodieren lassen. Ja, okay. What the fuck? Vor allem, wir beide gleichzeitig gewiped. Ah, mein Chat schreibt gerade die... Die Nägel haben so ein bisschen was von Guardian of the Galaxy. Wie bei dem Typen, der immer pfeift. Um diesen einen Speer oder was war denn das? So ein... Ja, auch so ein spitzes Ding zu steuern. Oh mein Gott. Oh Gott, ich habe jetzt auf dich geschaut und bin ins Loch gefallen. Entschuldigung. Wo müssen wir denn da jetzt dran? Muss ich da jetzt dran? Nein, ich glaube, wir müssen jetzt einfach erstmal ausweichen. Jetzt geht es einfach nur ums Ausweichen. Und dann können wir wieder... Und dann wird sich wieder ein Moment ergeben, wo wir... Das wieder festnageln können. Weil das sieht so aus, als müsste ich da oben drauf hauen. Das kann so schnell irgendwie nicht. Nee, jetzt komme ich da nicht dran. Nee, nee. Ich glaube... Nein, nein, nein. Du musst jetzt einfach ausweichen. Ich glaube, da müssen wir jetzt... Genau. Jetzt kommt... Und jetzt. Ah, ich muss drauf springen. Ich muss drauf springen. Ja, Mann. Oh nein, der Letz hat dich getroffen. Geil, aber so geht's. Ja. Das ist jetzt echt... Er ist doch nicht auf, ey. Oh, liege ich. Oh, du. Vor allem... Das wird ja immer kleiner hier. Wo man rumlaufen kann. Ja. Uh, what? Ich will nicht genagelt werden. Name of your sex stage. Ja. Oh, nee. Oh, shit. Oh, no. Bleib am Leben, bleib am Leben. Ja, ich bin am Leben, ich bin am Leben, ich bin am Leben. Oh, Gott. Oh. Ja, okay. Meine Güte. Was ist denn das für eine Form hier? Was ist das für ein Stress? Scheiße, bleib am Leben, bleib am Leben. Ja. Oh, warte, du musst kommen. So kann ich nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Ich kann nichts machen. Ich glaube, du bist auch gerade irgendwie... Ja, ich glaube, ich war gerade irgendwie getroffen oder so. In Nirvana. Ja. Oh, we're running out of real estate here. Scheiße. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich glaube, wir müssen das gleich nochmal machen, weil da ich jetzt nichts getroffen habe. Please, what? Yeah, come on. Als... Oh. Okay. Well. So, ja, okay, okay. Komm schon, Mann. Ich kann immer nur so... Das dritte geht sich nie aus. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das, Koly. Wir schaffen das. Oh. Guck mal, jetzt macht er nur den Move. Er ist gnädig. Ja, Gott sei Dank. Jetzt aber. Oh, Gott sei Dank. Was für ein Fall. Will sich alle freuen. Wow, that's what she said. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Oh. Wahoo! I feel brand new! Look at me! I'm whole! I'm whole! You saved us from that rust and toolbox! Thank you, Mei. You are a true hero! Oh, thank you, Hammer. Hey, what about me? Huh? I was part of this too. Where's my hero, love? Did you see that explosion? Anyway, we still have to get to Rose. Oh, of course, of course! Schießt der uns jetzt drüber? Was wette ich, dass der nicht sehr genau ist? Oh nein, sie ist weg! Rose, warte! Wir brauchen deine Hilfe! Mutter und Vater, nicht die Tür öffnen! Nein, 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 nein! Nein! Hilf uns aus, Rose! Oh, du stöpige Böse! Du hast uns in, du Idioten! Jetzt sind wir hier drin! Auf jeden Fall Hallöchen an alle, die reinkommen. Dankeschön für eure Follows, hi hi und hallo Tau Tau. Freut mich, dass ihr da seid. Oh, ja, ja. There is only one door in this shed. And one window. Good thinking, man! Woo! Let's go to the window! Woo! Fuck is out of this mind, okay? Sieht's vom Timing aus bei dir, Betsy? Ähm, wenn du möchtest, können wir noch, also bis 17 Uhr können wir gerne noch machen. Ansonsten, wie du willst. Also, ich... Betsy? Oh, Entschuldigung, ich war gemutet. Sorry. Äh, wir können gerne, also bis 17 Uhr können wir gerne noch machen. Außer du... Ja, passt. Okay. Nein, alles gut, passt. Huah! Okay, was ist denn das für ein Sliderino hier jetzt? Oh, man kann hier auch flitzen. Woo! Oh, okay. Ahahaha! Aber gut, dass wir beide... Aha! ...nicht gesprungen sind. Ahaha! Bin ich das? Anscheinend. Ah! Ja! Und... Kopf, was der fuck. Gerippt. Ah, okay. Da müssen wir drübe springen. Das Elektro-Ding ist böse. Hups! Bin ein bisschen blöd gerade. Wo... Wo scheint das? An meiner Fähigkeit einfach nur. Oh, jetzt haben wir die Nägel ja gar nicht mehr. Falsche Richtung. Du bist aber gleich da. Warte, warte, ich schaffe das. Bis 17 Uhr schaffe ich das. Genau. Einfach nur springen. Ja, super. Ja, das war mein Fehler. Ich hab gelenkt. Ja, man möchte auch so mitlenken, weil es so geil auch in die Kurven geht. Können wir jetzt noch einmal rüber. Bärm. Yes. Sehr gut. Ich hab's geschafft. Noch vor 17 Uhr. So, wir werden gleich nochmal weiter sliden. Ich hab aber meinen Hammer gar nicht mehr. Ja, ich wollte auch jetzt gerade die Nägel schießen, aber... Aha. Ah, wir müssen beide... Ah, okay, da ist eins und da hinten ist eins. Ah, deins ist ein bisschen länger. Deine Strecke, meine ist ein bisschen kürzer. Okay. Dann, wenn du so bei der Hälfte bist, fang ich an zu sliden. Yeah. Wow, ich würde einschlagen, aber ich kann nicht. Ja, das war richtig insane gerade. Okay, wieder. Sehr gut. Wuhu. Und wieder. Klatschen. Klatschen. Oh, das ist so cool. Oh, okay, ich hab verkackt, glaub ich. Ups. Halt, Sprung. Oder auch nicht. Wieso spring ich nicht? Ah, okay. Bin ein paar extra Runden gefahren. Ups. Wie er alles mit uns spricht. Oh, yes, I know we look like dolls, but we're actually her parents. I know who you are. Nothing escapes my lenses. Look. What, in, in here? Alright, okay. Um, let's see. Uh, huh. Oh! 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 I look dead. Am I dead? You're not dead. What? What's going on? Oh, no. What's the matter with us? Hmm. All I know is that Rose sat down there with her dolls, and then you two came alive. Just like that? You didn't see anything else. Well, there was one unusual thing. Why? What happened? She was crying. Oh. I know. Quite unusual for Rose. But I am a hundred percent sure. Because I could see her tears falling onto the dolls. Tears falling onto the dolls. Oh, wait a minute. I know what happened. It's a spell! You ridiculous Cody. We've got to apply logic. May. Okay. We are having a conversation with a pair of binoculars. There is no logic in that. For the sake, I don't even believe in spells. Okay. Well, did you believe that you could be turned into a wooden doll? Huh? Exactly. It had to be the tears. It was a spell, I am telling you. So, if it is a spell, how do we break it? Okay, I got this. Yeah, me and Rose, we read all about this spell stuff. I'm a virtual wizard right now, okay? Just give me some space. I need to think. Okay. So, if the spell was cast through her tears, Then, in order to break it, Oh. Hahaha. In order to break it, We have to Reverse it To her tears. Boom! Why do you just bring it to her tears? Okay. We basically have to find her And make her cry on us again. Really? Mm-hmm. Okay. Fine. Okay. Do you know where to find her, Miss Binoculars? She's in her room. Go on. Okay. Thanks. Come on, mate. Oh, but how do we get to her room from here? Easy. We just climb the tree. Oh. Ich sehe schon, was sie liegt auf der Stage wird. Huh. This way. What? You're never gonna make that jump. Yeah? Watch me. Hast du geguckt, Bina? Hast du geguckt? Wie ich gesprungen bin? Come on over. Ha ha. We'll throw us the rope. It's too far. Good. Where there is love, God, distance, it's too far. Hey, hey. I'll shut up and just throw us the rope. Okay, okay. May relax. Come on. Huh? You want the rope? You want the rope? Come on. You want it? You want it? Come on. Come on. Take it. Woo! Das ist, finde ich, auch eine sehr coole Idee, dass du so für jede Stage irgendwie andere Sachen bekommst. Jetzt hat man vorhin den Hammer und die Nägel. Jetzt haben wir anscheinend dieses Rope. Oh, Marienkäfer. Oh, Mann. Ich finde auch schön, dass man nicht so Items oder so hat, die man aufsammeln muss, sondern sich wirklich einfach nur aufs Spiel konzentrieren kann. Ja. Und die Schuhe, die da hängen. Und alles. Mein Knödel. Ach, dass sich das Setting ständig ändern lässt. Ja. Das ist schon echt toll. Voll. Also ich kann extrem verstehen, warum die Leute so schwärmen bisher davon. Muss ich was machen? Überleg, wo der hin soll. Mhm. Ich geh mal hier hoch. Ich geh mal hier hoch. Aha, wo fliegt der jetzt hin? Hm. Aufregend. Aufregend. Vielleicht war einfach ein Schießen. Vielleicht kommen wir zu dem später nochmal. Wer weiß. Ja, so ein bisschen, äh... Rosie hat die Eltern geschrumpft. Ähm, did you build a treehouse for Rose? No. Why do you ask? There are windows. Oh, who could have built those? Ob dein Baum was lebt? Was irgendwas Großes? Was... Fenster habe ich gebaut? Hey, hier ist ein Swing. Finally a use for that thing. Let's get across. Also, ich wäre... Also, ich wäre... Okay. Wir können nicht beide gleichzeitig. Ich wäre uhr happy, wenn ich so eine coole Schaukel an meinem Baum hätte. Ja. Ja, oder? Das ist doch voll cool. Oh. Das war nicht so klug. Fliesen. Schon wieder fliesen. Was ist gerade los? Ich schaffe es gerade einfach nicht, da hin zu springen. Ah, da ist noch einer. Entschuldigung. Okay, ich hätte ihn jetzt eigentlich lieber gerne in das Zimmer geschossen, aber gut. Oh, okay. Okay, Entschuldigung, wir sind beide auch gut. Hier ist so eine Spielverderberin. Ich finde das so toll. Oh. Wenn wir über ein Thema... Warum wollen Männer nie nach dem Weg fragen? Oh. Eich, Eich. Wir kommen in peace. Wir versuchen zu kommen nach dem Haus. Der Haus? Was ist dein Geschäft da? Wir haben noch Zeit für das. Ist das eine Schaukelung, oder nicht? Oh. Grabe. Ich habe gesagt, das war eine schlechte Idee. Nicht hilfreich. Komm, helme mich pushen. Es ist zu schwer. Warum die Glasfrau? Well, at least wir können sie durchführen. Oh, das ist großartig, May. Wir sind in prison, aber die Glasfrau ist großartig. Dad? Dad, ich muss euch etwas erzählen. Es ist wichtig. Hast du gehört von diesem Buch? Von Dr. Hakim? Er sagt, dass es wichtig ist, dass wir uns wiedervergültig sind. Weil dann kannst du wieder Freunde werden. Wenn du willst, kannst du das Buch kaufen. Okay. Du kannst es sehen. Oh. Kleiner weiß mehr über Beziehungen als die Eltern. Ja, voll. Sie ist uhrarm. Ich meine, dass sie sich von alleine so ein Buch kauft, ja? Weil sie weiß, dass ihre Eltern streiten viel und... ...uhrerwachsen eigentlich. Ja. Oh. Was ist das? Was ist das? Ok Kilo Vespo Oh mein Gott, die sind so herzig. Bitte ein Narbe auf dem Gesicht. Oh, er hat doch nur ein Auge. Ich habe den Westen da weg. Hast du mich? Ja, du? Ja, das war nur ein Auge. Das war schrecklich. Oh mein Gott. Hey da, Herr, Mr. Big Squirrel. Ist ja noch ein Auge, Katzl. So, you want to get to the house? Yes. Hm. We can get you there. That's very, um, kind. On one condition. What do you mean? Follow me. Die badass er ist. Follow me. Hey. They must be real hoarders. Hey, mate, that's our remote control. They stole it. Those sneaky rodents. Look, our family photos. Those, what could they want with those? I don't know. Oh, you look good. Oh, hey, that's my underwear. Horrively a loss. I used to love that underwear. Used to. The wasps have evaded our tree, wiped out most of our tribe. You two must kill them. Hm. What? We can't kill those crazy creatures, you nuts. Kinimo. Dann sage ich jetzt nochmal vielmals danke für die fünf verschenkten Subs. Großes Herz an dich. Dankeschön und schönen Abend dir noch. Sushi-Kuss. Danke vielmals. Oh. Oh. Combined with a drill-bazzer X200. Oh. Boom. Okay. There's one more thing. We sent in an undercover agent who could operate our queen robot. As planned, the wasps believed the robot was their real queen. But instead of wiping out the wasps, our agent was seduced by its power and switched sides. So. Kill the wasps and the agent in the robot and we'll help you get to the house. Understood? Ah, yeah. Sure, but isn't there a more civilized way, that we can... Boom. Okay, also jetzt auf Wespenjagd wir beide. Ich hasse Wespen. Ich mag die auch nicht. Ah. Wasps. Well, you wouldn't have to, if you'd cleaned out the hive. What? What hive? Remember? In the real world? In our tree? I asked you so many times and you promised to get rid of it. Yeah, yeah. Fine, fine. But we wouldn't even be here if you hadn't knocked on the squirrel's door. Well, at least they're gonna lead us to the house. What? Are you kidding me? You believe that? I don't trust those squirrels. They stole my underwear. Oh, believe me. That was a blessing. Oh, really? Well, at least my underwear is now a sophisticated part of a flying machine. Oh, I sincerely doubt it can fly. Of course you do. God. You know what? I can't wait to get back to my real body, so that we can get divorced. Oh, me too. Oh, okay. Er hat's gejinxed. Ja. DIY. Das ist so fun. Kleine Feuerzeug... Wie heißen die hier? Streichhölzer. Okay. Aha, ich kann das so... Ich kann halt nicht zielen mit einem Motorrad. Meine Schwachstelle. Ah, okay. Okay. Ich weiß nicht, schieß mal drauf. Vielleicht ist das später nützlich. Vielleicht brauchen wir diese Kanonen. Schau mal, ob du da drauf schießen kannst. Okay. Ich dachte, vielleicht ist da irgendwas versteckt oder so. Wie dein Minigame. Schlafen die da dritten? Ist ja niedlich. Ah, okay. Ich muss ein bisschen automatisch zielen, zum Glück. Zum Gott sei Dank, ja. Ich hab's mir auch gerade gedacht. Ja, mein gut geübt jetzt. Ja, ich glaub auch, dass der... Das Westen-Nest wird wahrscheinlich der Boss-Bahn sein. Oh je. This is impressive. I'm getting spooked by each other's place. Can we please turn back? Oh. Hoppala. Kannst du nochmal drauf schießen? Ja. Danke. Ich war zu langsam. Nein, bitte nicht. Wobei, wäre lustig. Vielleicht schießt du uns dann irgendwo hin. Wohl. Wollen wir mal probieren? Schauen wir mal, was passiert. Oh, nö. Ja, richtig. Schade. Ich dachte, vielleicht schnallt's. Das ist ein bisschen mehr. Jetzt bin ich nicht mehr hochgekommen. Oh. Okay. Also, die geht dann hoch und dann können wir da oben dann dran. Ah, ja. Voll. Du bist klug. Ich dachte, hier geht's weiter. Aber hier geht's eh nicht weiter. Das heißt, wir haben eh richtig gemacht. Intuitiv. Intuitiv. Ja, bin ich. Ja, richtig. Ja, geil. So. Was schieße ich da überhaupt? Ist das so ein Honig oder? Baumharz war das. Ah, okay. Da habe ich nicht ganz zugehört. Oder nicht ganz verstanden. Oh. Wir machen das ganz kaputt hier. Ja. Schöne Arbeit von den Eichhörnchen. Okay. Du musst ihn runterholen. Kann ich leider nicht. In der Wand, glaube ich. Ah, in der Wand. Ja, ja, voll. Das hast du gut gesehen. Können wir da jetzt reinspringen? Ja. Da wieder vielleicht? Oder? Ah, warte mal. Ja, genau. Und jetzt wieder drauf schießen. Haha. Aha. Ah, ich liebe es, wenn ich in so Rätsel spielen auch weiterkomme. Ich habe heute so eine Demo gespielt von so einem Point-and-Click-Adventure, wo man wieder sein Gehirn benutzen muss für Rätsel. Und bin schon beim ersten Rätsel fast gescheitert. Oh, bei Gehirn benutzen war ich raus. Den, den Dings da oben? Ah, ja. In den Behälter? Nee. Da rein. In den Behälter rein? Ah, oh mein Gott. Oh, warte mal. Da muss ich ein bisschen Ziel üben. Okay. Ja, ich glaube auch nicht. Warte, ich schaue einfach mal, was passiert, wenn ich drauf springe. Was ist, wenn du es anschießt? Explodiert es dann? Ah, was ist, wenn ich... Warte mal. Was ist, wenn ich das da drauf tue irgendwie und... Nee, auch nicht. Hm. Ah, warte mal, wir können hier schwingen, wir können hier schwingen. Okay, doch nicht. Vergiss es. Aber vielleicht kann ich das runterholen noch und dann können wir schwingen. Ja, jetzt. Warte jetzt. Ah, ja. Ah, du musst dann explodieren lassen, damit es wieder hoch geht. Aha. Damit ich dann... Jetzt, wenn du drauf schießt. Ja, sehr gut. Ich kann jetzt da sowas machen. Ja, jetzt kannst du es drehen. Sehr gut. Jetzt kannst du es nochmal drehen. Ja. Und jetzt kann ich von hier... In den Farbeimer rein. Ja. Ja, gut. Cool. Jetzt müsste die Tür hier aufmachen. Jetzt ist die offen gegangen, oder? Ja, wunderbar. So, jetzt ist das hochgegangen. Ah ja, okay. Ähm. Schießt du nochmal drauf? Auf das? Dann musst du dich da hinstellen und drauf springen. Ja. 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 Okay, okay, okay. Ähm. So. Oh je. Jetzt muss ich mich wieder konzentrieren kurz. Ähm. Warte, ich schau mal was... Ja, spring mal drauf. Aber was muss ich jetzt tun? Ah, so. Okay. Ja. Ah, ja. Okay. I got it. Oh. Warte mal. Okay. Passt. Uff. Okay, jetzt kann ich hier unten noch drauf springen, glaube ich. Ja. Easy. Was ich nach der ersten Stunde Gameplay sage, das macht urviel Spaß. Also wir spielen es aber zu Ende, ne? Also nicht heute aber. Ja, ja. Definitiv. Definitiv. Also ich möchte schon gehen. Geil, das ist mein erstes Committed Gameplay. Oh, nice. Freut mich, dass ich dein erstes Mal bin. Was? Nein, machen wir nicht. Wo ist denn der Red Button? Aber schauen wir mal dazu, was sollen. War da oben der Red Button, oder wie? Ja, ja, da war da. Aber das Spiel will, dass wir es drücken, weil wir drücken es nicht. Echt, wir drücken es nicht? Oh, ich hätte schon gerne gedrücken es nicht. Nein, nein. Ich glaube, wir müssen es drücken. Ja? 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 Chain reaction. Zapf und observed, making sure she... Mm-hm. Mm-hm. Hey, this lid looks loose. Hör schon mal her, da steht irgendwas mit, es muss eine Kettenreaktion ausgelöst werden. Das heißt, ich muss ganz nah aneinander die Dinger machen und dann geht das irgendwie runter, oder? Und dann schieß ich drauf. Machen wir erstmal alle voll. Und dann drücke ich mal hier. Okay, schauen wir mal, was passiert. Yeah! Wir haben den Ruhig noch nicht gedrückt. Ah, das haben wir nicht gedrückt, ja? Nee, nee, haben wir nicht gemacht. Gibt sich ja eine Trophäe dafür. Oh no! Im Chat wurde gerade geschrieben, wir hätten es drücken sollen. Egal. Die haben gesagt, wir sollen den nicht drücken. Ja, Bina haltet sich an Regeln. Ich halte mich an Regeln. Ähm... Vielleicht wäre noch ein Minispiel gewesen, oder so. Aber... Ah, ja. Wenn ich jetzt... Jetzt geht es einfach zurück, oder? Ja, easy. Okay, ich dachte schon, ich muss jetzt da die ganze Zeit... Ah, okay. Ja. In die andere Richtung. Ja, du musst, glaube ich, wieder drauf schießen. Sonst. Ah, nein, zuerst da. Mhm. Sonst ist das irgendwie nicht... Ah, okay, wenn ich runter und dann... Ah, I got it. Okay. Mhm. Oh je. Oh je. Wespen! Die Musik auch dazu. Oh, wir nehmen auf dieser... Wie heißt denn das Lied? Ja, ich weiß... Ich weiß auch gerade nicht, aber... Genau. Ja. Hummel... Das ist Hummellied voll. Ritt der Walküren, oder? Nein, der geht anders. Der geht anders. Der war anders. Das ist der... Genau. Flight of the Bumblebee. Flight... Ah, okay. Das heißt eh so. Dann. Hummelflug. Hummelflug. Genau. Richtig. Ritt der Walküren. Bisschen übertrieben wieder. Bisschen übertrieben. Ich habe übrigens Musikwissenschaft studiert. Sag es keinem. Das heißt aber nicht, dass du alles wissen musst. Jedes Musikstück. Ich mache einfach mal voll da. Mach mal voll. Das schaut gut aus. Hm. Nein, das geht ja nicht. Aber... Nehmen wir, was wir hier noch haben. Mhm. Wir haben da eine Wand. Wand. Zum Kleben. Mach mal Klebe da dran. Kann ich das? Sag irgendwas? Ne, ne. Die gelbe... Die gelbe... Ah, dort. Ja, ja. Vielleicht. Reicht nicht. Nein, noch nicht. Ich glaube, sie schon so... Ah, warte mal. Aber hier kann ich schon mal. Das kann ich irgendwie füllen. Ah. Und jetzt? Pass auf. Warte. Nein, nein. Du musst runtergehen. Jetzt lass es explodieren. Und dann kommt da Rauch raus. Sag ich dir. Yes. Ah, richtig. Du musst da rein raus. Ja, ich muss zuerst drauf. Okay. Geil. Ist es schon weg explodiert? Ja. Okay, warte mal. Ja, ist schon alles weg. Okay, dann nochmal. Ah, ja. Okay. Okay. Jetzt bin ich hier. Okay. Jetzt bin ich hier. ankommen. Ah, ja. Okay, schauen wir, was das geht. Weil ich hab hier was, aber ich weiß nicht, wie ich das alleine runterkrieg. Mach die Erkenntnereaktion. Ah, ja. Voll. Ja. Ja, hat geklappt. Super, Bina. Man, yeah. Super, Bina. Ah, da können wir wieder spielen. Tau ziehen. Okay, also jetzt einfach nur ganz schnell. Oh, das ist für dich. Äh, fitz you better. Haa. I pull the strings. Hä? Ja. What the fuck? Yes, I pulled it off. No fair. I'm barefoot. Your shoes have better grip. Oh, ich hab so so hart reingedrückt. Boi. Neh, man, für sex. Oh, ich hab so hart reingedrückt. Diese Squirrels. Oh, man. Der ist auch ein Kotzerl. Koool-Beer. Ich bin urgespannt auf die Bienen oder Westbrookönigin. Ah, jetzt müssen wir wieder sliden. Okay. Ha! Okay. Ja, well. Oh, warte mal. Ich, 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 ich hänge hier noch irgendwo. We've got obstacles ahead. Ah, man muss nur R1 drücken. Okay. Oh, nein. Oh, mein Gott. Das ist direkt hinter mir. Ich sehe das Licht. Hi. Hallo. Oh, mein Gott. Das ist so viel Konzentration. Huh? Richtig stressig. Hm. Uh. Sehr schön. Ich glaub, jetzt sind wir schon sehr nah dran. Ich spür's. Ich spür's auch. Ja, schau, jetzt schon, jetzt kommen so so Wespen-Dinge da. Oh. Okay. Ah, soll ich wieder eine Kettenreaktion machen, oder? Ah, nein, kann ich nicht. Ich kann nur auf die Dinge. Ich überlege gerade, welche Mechanik... Ah, ja, genau. Ja, einfach nur in Physik. Physik. Und du musst, glaub ich, warten, bis, äh... ... Du bist immer besser. Okay, das erste ... Oh! Okay. Sterbt, ihr kleinen Wespen! Yeah, Mann! Ihr nehmt meine Harzkanone! in euer gesicht bern 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 sie es ist wenn sie husten ja ok ich muss schauen dass ich ihn von hinten trefft jetzt aber doch sein arsch kannst du jetzt treffen der ist voll ja ja einfach erstmal ausweichen genau erstmal ausweichen jetzt jetzt ist er müde sehr gut sehr gut sehr gut ist ein pirat oder was ist er so motiviert noch ein bisschen mehr auf seinen arsch machen kann ich glaube mehr hart machen wir die mit sehr gut ja jetzt dürfen wir auch durchgehen da wo noch kein eichhörnchen jemals war da haben wir noch einen schönen checkpoint oh je jetzt sagt schon möge die eichel mit euch sein das ist Nein, 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 wir waren einfach, you know, exploring the, uh... The premises. Right. I think you look scared, like two little chickens. No, not at all. We were just scouting, preparing for the mission. Yeah, right. Preparation is key. Good, but remember, collaboration is also key. This is a very dangerous operation. Thanks for reminding us. You're welcome, eh? Hey, got it. You done? No. Maybe if we both have a gemeinsame Feind like this book. Vicky, it's 17 Uhr. Yeah. Willst du hier vor der Königin? Also... Machen wir. Ja? Oder? Ja. Dann spielen wir nächstes Mal weiter. Passt, können wir gern so machen. Dann ist auch... Wir haben ein Checkpoint. Dann ist auch, äh... Ich glaube, speichern muss man nicht, oder? Nee, ich glaube, wir haben ein Checkpoint. Passt, ausgezeichnet. Dann haben wir noch mal ein bisschen Spannung! Bis nächstes Mal. Mit der... Bis nächstes Mal. Du sagst mir einfach Bescheid. Ja, voll. Wir quatschen uns einfach wieder zusammen. Dann kannst du mir auch gerne sagen. Bina, es war mir ein Fest. Es war wirklich sehr, sehr lustig. War wirklich sehr gut. Passt. Dann, äh, definitiv... Vielleicht schaffen wir es ja auch nächste Woche gleich wieder. Na, bestimmt. Ausgezeichnet. Gerne Open End. Zocken wir einfach durch. Ja, ich glaube... Ich glaube, wie gesagt, elf Stunden oder so. Elf, zwei Stunden sind es irgendwie. Dann können wir uns ja einfach wirklich... Mindestens am Wochenende. Passt. Dann machen wir das so. Bina, dann habt noch einen schönen Samstag und wir hören uns, ja? Du auch. Machen wir so. Tschau, tschau. Tschüss. Bye.